Siehst du, Iris, es ist ganz leicht. Wow, sie weiß genau, wo man ein Sumpfnilpferd findet. Sumpfnilpferde sind ganz unglaubliche Geländeläufer. Aber sie sind temperamentvoll. Viele Ritter haben versucht, sie zu bändigen. Doch niemand hat's geschafft. Hm, klingt vielversprechend. Da drüben ist ein... Es sieht freundlich aus. Mit dem willst du gewinnen? Hallo. Hey. Wow, es ist ja noch schneller als ein elektrisches Pony. Hey. Du bist ein ziemlich schneller Geländeläufer. Ich auch. Kleinodels. Aktiviert. Yippie. Wollen wir uns zusammentun, wir beide? Yippie. Hey, wo bist du, Sumpfnilpferd? Willst du nicht mehr mit mir spielen? Oh, du bist erschöpft. Warte, ich hol dir was zu trinken. Schild aktivierend. Ist gut. Na los, trink ruhig. Das ist gut, was? Und was ist von weitermachen? Hey Leute, habt ihr gesehen? Es läuft nicht mehr von mir weg. Ich hab's geschafft. Nur weil es dein Wasser getrunken hat, heißt nicht, dass es jetzt zahm ist, Gaz. Abwarten. Wir werden sehen. Ja. 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 Yippie. Oh mein Gott! Hü, spring, wuschig, kein Auer für Gas, lande weich und kuschelig. Juhu, super Zauberspruch, Iris. Wir versuchen es schon den ganzen Morgen, Gart. Und du hast es immer noch nicht gezählt. Ich bin ein Ritter. Und Ritter gehen niemals auf. Ja, nur dieser Ritter hat den Mund ein bisschen zu voll genommen. Schaut Gas, der klitzekleine Ritter im Disney Channel.